Herzlich willkommen zu einem brandneuen Video gemeinsam mit dem lieben Patrick Reimann. Wir sind immer noch in der Covid-19-Quarantäne und ja, wir wollen heute spannende, spannende Insights teilen. Deshalb hier dieses Zoom-Interview mit dem lieben Patrick Reimann. Der Patrick Reimann ist auch bekannt als der Momente-Sammler und wie er dazu gekommen ist, was er da vorgemacht hat und was da so passiert ist, das werden wir heute mal entschlüsseln, ja, das Ganze. Warum? Wie kenne ich den Patrick überhaupt? Nur damit ihr so ein bisschen Background habt. Den Patrick habe ich 2016 kennengelernt. Wir haben zusammen Netwrap-Marketing gemacht und es war einfach extrem spannend, ihn im Umfeld zu haben, vor allem, weil er einer der wenigen war, damals aus meinem Team, die in Frankfurt gewohnt haben. Die meisten waren irgendwo in Deutschland verteilt, aber wenige in Frankfurt. Das haben wir uns öfter gesehen. Es ist viel passiert und Patrick hat wirklich auch einen steilen Aufstieg gehabt beziehungsweise einen steilen Aufstieg erlebt für sich, der aber auch davor viele Höhen und Tiefen beinhaltet hat. Und deshalb ist es so spannend, weil es ist kein Erfolg, der über Nacht passiert ist, keine Bekanntheit und Brand, die über Nacht passiert ist, sondern wirklich ein Mann, der irgendwann gesagt hat, ich will mehr vom Leben und sich auf die Reise begeben hat. Und diese Reise ihn jetzt dazu geführt hat, dass er seit Jahren Vollzeit von seinem Geschäft leben kann, was sich natürlich immer weiterentwickelt und da jetzt auch viel zurückgibt. Deshalb Patrick, vielen Dank, dass du da bist. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Ja, danke, danke dir für die Einladung, mega. Sehr cool, sehr schön. Ja, Patrick, erzähl doch mal gerne zu dir, wie bist du, sage ich mal, dazu gekommen, dich überhaupt selbstständig zu machen, gerne ganz am Anfang beginnen? Ich glaube, es war schon immer so ein bisschen dieser Drang, irgendwie was Kreatives so für sich zu tun. Und die erste Selbstständigkeit, die hat, glaube ich, es war so eine, da haben wir uns eine Zeitschrift im Karneval einfach mal platziert und verkauft. Und da hatte ich ja damals schon meinen ersten Geschäftspartner, mit dem ich bis 2018 neun Jahre gearbeitet habe insgesamt. Und ja, und so kam über die Jahre hinweg, haben wir viele Dinge probiert. Es war einfach irgendwie so dieser, es hat irgendwie Spaß gemacht, so was Eigenes rauszubringen und irgendwie so 5 Euro zu verdienen oder 20 oder dann vielleicht 50. Und so haben wir dann damals mit Mediengestaltung zum Beispiel angefangen. Wir haben eine Webseite gemacht, wir haben Flyer gemacht, wir haben Grafiken, Speisekarten, irgendwie so, also so Tante Emma der Mediengestaltung, irgendwie so alles gemacht. Und ja, so auf dieser Reise haben wir uns dann halt immer mehr verschiedene Dinge angesehen und verschiedene Bereiche. Und dann bin ich halt so ein bisschen auf der Fotografie hängen geblieben. Ja, sehr cool. Mediengestaltung habe ich auch noch im Kopf, da hast du damals, als wir ein paar Mal bei dir waren, du sagst, oh, ich muss jetzt noch schnell hier ein Design fertig machen und da noch eine Webseite fertig machen. Rein aus Neugierde, für wie viel hast du damals eine Webseite beziehungsweise Grafiken generell verkauft? Warst du da schon eher im höherpreisigen Segment oder hast du zu den Leuten gehört, die gesagt haben, komm, für einen 50er mache ich es dir? Für einen 50er wäre schön gewesen. Ich glaube, ja, ich weiß noch, dass ich mich mit einem meiner Lieblingsrestaurants, dem Italiener, der wirklich auch ums Eck war, dass wir immer um Euros gezankt haben. Also, das war halt wie schon mal eine Grafik irgendwie, eine Zehner oder hier komm, hier kriegst du mal eine Pizza oder also das war eher die Richtung. Ja, sehr cool. Ich drücke kurz auf Pause, weil der Hector will raus. Cool. Also, das heißt, mit dem Italiener klassischerweise gestritten, lustigerweise das Thema auch mit Marc gehabt, wo es darum ging, komm, Junge, mach mir ein Video von der Party, dafür kriegst du eine Shisha umsonst oder ein Sucuk-Paguette. Ich glaube, das ist ganz nett am Anfang, wenn man da mal so einen Kunden hat, wo man weiß, gut, ich habe jetzt keine Lust zu kochen, ich gehe da mal hin. Aber wie hat sich das dann, sage ich mal, weiterentwickelt, das Ganze? Also, dass du gesagt hast, gut, das kann es nicht sein, davon kannst du ja nicht leben, wirklich. Ja, also, es hat erstmal grundsätzlich, ich glaube, sieben oder acht Jahre insgesamt gedauert, bevor ich überhaupt verstanden habe, was wirklich bedeutet, Geld zu verdienen. Denn es hat ja viel mit Selbstwert zu tun, also, was bin ich mir wert mit meiner Zeit? Dann hat es damit zu tun, dass ich ja sechseinhalb Jahre angestellt auch war, also von 2000, ich weiß gar nicht, bis 2017, genau. Und dementsprechend ja auch nicht den Druck hatte, ich musste damit Geld verdienen, also dann auch nicht in den Wachstum gekommen bin. Weil ich bin jemand, ich funktioniere gerne unter Druck von außen. Das heißt, wenn mir jemand Druck macht, so wie der Nick, der sagt, Patrick, jetzt gehst du mal vor Leute und sprichst mal, dann wachse ich sehr gut. So funktioniere ich richtig gut. Und ja, und so habe ich halt, damals war nicht den Druck gehabt erstmal, also ich habe mich nicht um meinen Selbstwert gekümmert. Es war auch einfach cool so, erstmal, ja, einfach nur ein paar Euro zu verdienen, mal 400 Euro für einen kompletten Tag zu fotografieren. Das war erstmal cool und, naja, und es gab dann einen Zeitpunkt, der war dann ungefähr 2017, ja, 2016, 2017, als es dann auch mit dir oder mit euch, mit Network startete. Und als wir auf Seminare gegangen sind, ich weiß noch ganz genau, wie wir in Remini waren oder in Frankfurt unsere eigenen Events gemacht haben und ich ja dann auch da bei euch mal fotografiert hatte, ich sage, komm, ich will mal bei euch fotografieren, ich will mal zeigen, was ich kann. Und da gemerkt habe, durch das, was natürlich ihr oder du auf der Bühne erzählt hast, was die anderen auf der Bühne erzählt haben, hey, es geht ja auch ums Verdienen, es geht auch um glücklich und erfolgreich zu werden. Heißt aber auch, dass wir Geld verdienen dürfen. Und das war einfach ein sehr langer Weg für mich, erstmal zu verstehen, was das heißt und was wirklich Geld verdienen bedeutet für mich. Naja, und durch die Seminare habe ich dann einfach verstanden, ich darf das und vor allem wie. Und so kommen wir in den nächsten Schritten. Der wichtigste überhaupt, das war nämlich, dass ich das Fundament Menschen um mich herum brauchte, die genauso ticken, wie ich es mir wünsche. Also ich wollte ja immer, ich habe ja immer diesen Drang nach Wachstum, nach weitermachen, also wirklich erfolgreich werden, glücklich sein, Geld verdienen mit dem, was ich geben kann und nicht mit irgendwas anderem. Und ja, so habe ich dann auf dem Weg gemerkt, dass wenn ich die richtigen Menschen habe, andersrum, ich hatte sie ja erstmal gar nicht. Das war ja damals, als Network angefangen hat, war das so ein paar Menschen Network, die groß denken und viele in meinem Umfeld, die halt angestellt sind, die ihre Karrieren weggehen. Das ist ja auch super wichtig und gar nicht irgendwie, ich habe es damals negativ behaftet, beurteilt, muss ich auch ehrlich zugeben, ist gefährlich. Jetzt, jeder hat ja seinen Weg. Das war aber nicht meine Vorstellung. Und ja, und so habe ich einfach gemerkt, ich darf mich mehr mit Menschen wie mit dir umgeben zu der Zeit, damit ich überhaupt anfange umzudenken. Weil ich habe ja Muster in meinem Kopf, die sind so fest verankert, die sagen, geh arbeiten für Zeit, verdiene für die Zeit Geld und ja, um 17, 18 Uhr bist du fertig und dann machst du halt dein Ding oder so. Aber ja, ob das groß werden darf, naja, warum sollten wir uns zeigen, haben wir nicht gelernt. Warum sollten wir dann groß sein? Warum sollten wir, oder warum sollte ich vorbrechen? Das wurde mir nie beigebracht. Aber ich glaube, innerlich war immer dieser Drang danach, das zu erleben, das zu fühlen, was ist da. Und deswegen war ich auch so oft bei dir. Deswegen habe ich gesagt, Nick, was können wir tun? Wann kann ich bei dir sein? Mir egal, was, wie, wo, ich will einfach nur bei dir sein. Und ja, das war der erste wichtige Meilenstein, dieses Umfeld zu verändern. Und das hat ja dann auch geklappt. Das Größte, die größte Hürde und die größte Herausforderung war, ich musste ja erstmal vielen anderen für mich eine Tür zumachen. Und das war der Moment, wo ich ein Jahr lang erstmal richtig unglücklich war. Das heißt, die viele, die du auch kennengelernt hast, da durfte ich ja für mich entscheiden, schön, dass du in meinem Leben bist und warst, aber jetzt muss ich einen anderen Weg gehen. Vor allem meinen eigenen, mit meiner Meinung, mit meinen Gedanken. Und so hat sich dann über die letzten Jahre das, ja, einfach so komplett gewendet. Es ist ein einziger aus dem Umfeld übrig geblieben. Und dieser eine hat mich immer supportet. Der ist, hat auch nichts irgendwas direkt mit illegal beschimpft oder, sondern der hat gesagt, er guckt sich das an, bildet seine Meinung dazu und sagt mir dann, ja, ist cool oder ist nicht cool, aber hey, ich supporte dich trotzdem, ich bin für dich da. Und das war das, was ich wollte. Und dann kamen Menschen wie du und ich und wie viele andere in meinem Umfeld, die nur noch supporten wollten, die geben wollen, die ins Dienen gehen wollen. Und da sind wir jetzt beim zweiten Punkt. Das Dienen. Viele reden über Dienen, aber was bedeutet das eigentlich? Ich habe, nachdem ich auf den ersten Seminaren war von Tobias Beck, also Masterclass, das war Oktober 18, ich weiß es noch ganz genau, wie so ein Gummibär bin ich da durch den Raum geflogen. Ich meine, Nick, du kennst mich so ein bisschen. Ich bin dann sehr, sehr schnell so irgendwie so einfach lustig drauf und habe Spaß, wenn das cool ist. Und dann war viel Gefeierei, aber auch viel Tiefgründigkeit, wo es dann ging, okay, wer bist du, was machst du, was willst du? Und dann habe ich durch diese Seminare einfach gemerkt, wir können überlegen, worauf wollte ich hinaus? Umfeld, Dienen. Genau, Dienen, danke. Alles Gute. Dass ich, dass das, was die Menschen dort tun in diesen Seminaren, die, die außenrum stehen, die machen genau das. Und das, was Tobi uns erzählt hat, Gems Dienen helfe anderen erstmal groß zu werden, das haben die außenrum gemacht. Und das ist diese Bewohnerfrei-Crew, die man vielleicht hier und da mal hört, wenn man das nicht kennt. Und dann bin ich einen Tag später direkt zur Bewohnerfrei-Crew, habe mich da beworben, habe gesagt, ich möchte ein Teil von euch sein. Da waren es noch 80 Menschen oder 60 und es sind heute 350, also Menschen, die kostenlos, freiwillig Tobi dabei helfen, den Menschen zu helfen, zu wachsen, auf den Seminaren, in den Übungen. Wir sind für die da. Wir verdienen kein Geld, müssen unser eigenes Hotel bezahlen, eigene Reisekosten, Catering und so weiter natürlich ist gestellt, Verpflegung ist, dafür ist gesorgt, aber es sind unsere Kosten. Und da habe ich verstanden, wenn du anderen Menschen dabei hilfst, groß zu werden, so wie du es ja auch für mich getan hast, du hast mir geholfen zu wachsen und hast mir eine Plattform gegeben, dann kann ich langfristig etwas wirklich Großes erschaffen, so wie du halt dadurch geschafft hast, dass ich in den letzten Jahren einfach damit einen Anstoß bekommen habe, der langfristig wächst. Und das habe ich dann nichts anderes als auf meine Fotografie adaptiert. In dieser Masterclass, Oktober 2017, habe ich entschieden, privat und beruflich nur noch mit diesem Umfeld zu tun haben zu wollen. Und so ist dann Momente Sammler entstanden und der Name wurde mir auch von diesem neuen Umfeld geschenkt, also reiner Luxus auch, das haben die Menschen in mir gesehen und ich habe es dann damals angenommen. Ich habe meine Werte kennengelernt, ich habe Menschen kennengelernt, die unfassbar viel helfen und dadurch, dass ich dann angefangen habe zu sagen, okay, Fotografie kann ich ja, aber ich muss mich auch erstmal etablieren in den Markt, da darf ich jetzt auch erstmal ins Dienen gehen. Also habe angefangen, innerhalb dieser Crew, innerhalb dieser Menschen, die kostenlos Tobi helfen, zu sagen, wenn du ein Seminar hast, wenn du ein Event hast, Nick, wenn du ein Event hast, dann bin ich für euch da. Und das habe ich ein bestimmtes Jahr lang gemacht. Heute mache ich es auch noch, nur ein bisschen weniger und gezielter bei bestimmten Menschen, wo ich weiter wachsen möchte. Aber zu schauen, also das, was ich tue, mit den Menschen, mit denen ich am liebsten mich umgeben will, da Gas zu geben, da zu helfen und dann hast du ein Katapult. Und das nutze ich jetzt. Das habe ich für mich dankbarerweise einfach jetzt so gefunden und erleben dürfen und wofür ich unfassbar dankbar bin. Aber das ist halt harte Arbeit erstmal, weil du halt viel investieren darfst und viel geben darfst. Sehr schön erklärt, sehr, sehr schön erklärt. Jetzt hast du schon ein paar interessante Punkte von deinem Weg, von deiner Reise angeschnitten gehabt. Ja, wie du dann, sag ich mal, zu Tobi gekommen bist und, und, und. Um ein bisschen weiter vorne nochmal anzuschließen. Fotografie hast du ja gemacht und du hast ja auch viel Hochzeiten dann fotografiert. Das war ja so der Klassiker, sage ich mal. Viele Fotografen fangen an mit Hochzeiten etc. pp. Und ich habe damals, als ich dich kennengelernt habe, das als so einen Nebenjob wahrgenommen. Im Sinne von, du machst das halt an einem Wochenende, weil dir Fotografieren Spaß macht und weil du da halt dann eben, wie du gesagt hast, 400 Euro für einen Tag ein bisschen Fotos schießen kriegst. Was das angeht. Aber da gab es ja auch oft das Thema eben, okay, das ist cool, ich würde es zwar gerne länger machen und öfter, aber ich weiß nicht, wie ich da die Braupaare dazu kriege, dass die mir halt mal 1.000 oder 2.000 zahlen. Weil ich weiß, dass es es wert ist, aber ich weiß nicht, ob das was werden kann. Wie kam dann, um jetzt nochmal an dem, was du auch zuletzt gerade erzählt hast mit Momente-Sammler, diese Evolution, wo du gesagt hast, das ist es, das will ich machen und ich will damit jetzt wirklich auch viel Geld verdienen mit dem Thema Fotografie. Also was waren da so die verschiedenen Punkte und Schritte, die du da gegangen bist, um vom, sage ich mal, Wochenend-Hochzeitsfotografen zu dem zu kommen, der jetzt vom Gedankengetanken von Tobi Beck gebucht wird und vielen anderen Leuten, die sagen, ich will keinen anderen Fotografen, ich will dich. Weil mir damals, als du mir diese Fotos geschenkt hast oder uns von diesen Veranstaltungen, die du gemacht hast, obwohl ich das gar nicht mitbekommen habe, dass du da warst, um das jetzt zu machen in dem Sinne, habe ich diese Fotos gesehen und gedacht, wow, Wahnsinn, Wahnsinn. So eine Fotos habe ich noch nie von mir selber geschossen bekommen und gleich auch überall hingepackt und verwendet und so weiter und auch jetzt teilweise laufen die noch in Werbeanzeigen oder als Vorschaubilder, dieselben Fotos, die du mal 2017 von mir gemacht hast, auch 2018 noch welche. Und dann erst wieder letztens, als ich mir durchgegangen bin und gedacht habe, cool, was nehme ich denn jetzt für Fotos für Werbeanzeigen? Bin ich so alle meine Fotos durchgegangen und ich denke mir, es kann doch nicht sein, dass ich wirklich, ich habe so viele Fotos, aber keines dieser Fotos top die, die du von mir gemacht hast. Und immer, wenn ich einem Fotografen gesagt habe, mach das so, bitte, dieser Winkel, so soll es aussehen, schau dir das einfach nur an, mehr kann ich dir nicht sagen, so will ich es auch haben. Die haben es einfach nicht hingekriegt. Die haben es einfach nicht geschafft, mich oder die Situation wirklich so präsent, so mächtig oder wundervoll darzustellen, wie du das hingekriegt hast. Und das ist, glaube ich, auch das, was dafür sorgt, dass du unter anderem eben genau deshalb von so vielen auch gebucht wirst und wurdest, weil die sagen, scheißegal, wen ich auf den Events hatte, keine Ahnung, ich kann denen sagen, was ich will, auch wenn da einer kommt mit weiß, was ich was für einem Equipment und ich sage, mach so, der kriegt es nicht hin, es ist nur der Patrick, der das irgendwie so hinkriegt, deshalb muss ich ihn da haben. Wie bist du da hingekommen? An erster Stelle, denke ich, ist es diese Vision, die entstanden ist, irgendwie mehr aus sich selber bewegen zu wollen oder dass ich mehr aus mir machen darf. Das war der erste Punkt. Den habe ich, wie ihr schon gesagt habt, über die Seminare gelernt. Da habe ich mich mit meinem Partner hingesetzt damals und wir haben eine Vision kreiert. Wir haben gesagt, wir wollen irgendwann mal in so einem Penthouse haben, in einer Jacuzzi, also keine Ahnung, da haben wir so ein Bild gehabt, haben dieses Bild an die Pinnwand gehangen, haben dann sogar noch so ein Video gemacht dazu, haben dieses Video abgelegt und irgendwann gucken wir uns das an, sagen, wir haben es geschafft oder was fehlt uns noch? Und ich glaube, durch die Seminare, durch die Events, durch diese Vision, die wir uns einfach gezielt, und für die wir uns Zeit gegeben haben, ist ganz viel in mir passiert. Und was bei der Fotografie tatsächlich auch passiert ist, neben dieser Vision, der Drang nach Selbstverwirklichung und vor allem das, was ich auf den Bühnen sehe oder das, was ich bei den Hochzeiten sehe, das ist das, was ich mir selber wünsche, nach was ich mich selber sehne. Und das macht es so magisch. Das ist ungefähr so, wie wenn du, ich sag mal, wenn du Fotograf für Hunde werden willst, dann interessiere dich für Hunde, dann interessiere dich für die Lehrgänge von Hunden, dann hab selber einen Hund, dann geh auf Network-Events von Hunden. Weil du gehst so tief rein, du interessierst dich so sehr für das, was da passiert, dass du so in eine Leidenschaft kommst, das, was du gut kannst, worauf du richtig Spaß hast, mit dem, wonach du dich vielleicht eh sehnst, wo du halt mit den richtigen Menschen auch um dich herum hast, die Wertschätzung geben, die Vollgas weiterkommen wollen, die mit ihren Hunden in, keine Ahnung, in eine andere Hemisfäre gehen wollen, weil sie sich so lieben. Und das ist das, was in mir passiert ist. Ich habe die Menschen auf der Bühne gesehen und habe diesen Drang selber danach gespürt. Und ich bin ein visuell denkender Mensch. Ich sehe, und das denke ich, habe ich auch einfach über die Jahre gelernt. Ich mache jetzt seit zwölf Jahren Fotografie und irgendwann hast du so ein Gefühl dafür, wie eine Haltung sich gut anfühlt für den anderen Menschen. Wie steht er richtig? Was für eine Haltung hat derjenige, die zu ihm auch passt? Was ist authentisch? Und das kommt auch hinzu, dadurch, dass ich nach Authentizität jage, nach, ich dokumentiere ja einfach gerne das, was passiert. Bei den Hochzeiten, ich habe die Porträts gehasst, weil das nicht authentisch ist. Dementsprechend ist das auch nie mein Business geworden, zu porträtieren. Aber die Menschen so abzulichten, wie sie sind, weil ich selber einfach so sein will, wie ich möchte. Und dieser Weg dorthin hat gleichzeitig Business und der Wunsch in mir dazu geführt, dass ich mich so sehr für etwas interessiert habe, dass andere Menschen sich dafür bei mir interessiert haben. Das ist diese innere Magie, die passiert ist. Das, wo wir clever sein dürfen, ist ja das Marketing und Positionierung. Das, was dann bei Hochzeiten damals richtig funktioniert hatte, war dann zu sagen, okay, ich mache halt eine Webseite, sage, ich bin der Hochzeitsfotograf. Ich bin spezialisiert auf gut gelaunte Menschen, ich bin Marathonläufer, ich bin das und das und das. Das zu erzählen, wer man ist, zu sagen, wie tickt man denn selber, das habe ich dann damals gemacht. Das war tatsächlich das erste Mal bei den Hochzeiten, bei der Webseite für Hochzeitsfotografie, dass ich halt geschrieben habe, ich war mal ein richtiger Nerd als Computersuchti. Ich habe mal richtig viel World of Warcraft gespielt, habe das auch draufgeschrieben. Dass ich gerne laufe, dass ich gerne Filmmusik höre, dass ich ein eher sehr empathischer Mensch bin, nicht rational. All diese Dinge. Und dann kamen Menschen zu mir, die gesagt haben, ey Patrick, wie geil, ich habe das auch gezockt. Wie geil, ich habe das und das mache ich auch. Und dann verbinden die sich ja in vornherein, ohne dass man sich ja wirklich kennt schon mit dir. Und dadurch kannst du ja im Business ganz andere Preise ansetzen, weil die wollen ja dich, weil du hast ja schon eine Verbindung mit denen. Das heißt, die wollen auch den bekloppten Zocker. Und ich erinnere mich noch bis heute an ein Brautpaar, die in so einem richtig schönen Schlösschen, also richtig, guckst du drauf, 30 Grad Sonne, golden quasi, so ein bisschen vierstöckig hoch und drumherum ein riesenschöner großer Park mit Grün und Bäumen und wie man es sich halt vorstellt. Und dann kommt dieses Pärchen und wir hatten so eine schöne Zeit und dann haben wir gesagt, ey, wir machen was Geiles. Wir machen so Luigi und Mario Kappen. Wir machen so Zockergeschichten, das halt einfach zum Brautpaar passt. Und somit haben die ja jemanden, der sich auch damit, der das versteht. Und dann legen die mehr Geld hin. Das habe ich dann damals dort verstehen können erst mal. Wenn du für jeden investierten Euro zwei Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO-Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst. Sehr cool. Und jetzt die Überleitung zu Momente-Sammler. Wie ist der dann gekommen? Du hast ja schon erzählt, Tobi Beck, du warst bei ihm. Dort wurde dir, sage ich mal, der Name geschenkt. Ja. Wie ist das da dann passiert, dass das dann, sage ich mal, wirklich abgehoben ist für dich? Genau. Ab dem Zeitpunkt, als ich dann das Gleiche, was ich dann bei den Hochzeiten schon irgendwie so ein bisschen kennengelernt hatte, wiedergetan habe für Momente-Sammler. Also der Name, wie gesagt, der wurde mir gegeben. Da musste ich tatsächlich gar nicht brainstormen. Ich musste nur die Entscheidung treffen, ich mache was damit. Ich habe dann innerhalb einer Woche meinen kompletten Brand aufgebaut, indem ich dann zum Grafiken, so diesen Claim, den jeder kennt, ich sage, Momente, keine Dinge, eine Postkarte gemacht, Webseite gemacht. Und habe dann gesagt, okay, so nach einer Woche, jetzt habe ich alles erstmal so, was ich brauche. Und die Webseite war wirklich ganz schmal. Visitenkarte, ein paar Bilder drauf, mehr nicht. Dass ich dann sage, ich habe jetzt so zwei, drei Seminare gemacht, jetzt will ich aber für diese Menschen arbeiten. Jetzt hatte ich also so die ersten Menschen, die ich kennengelernt hatte und hatte meinen Brand. Und das war ganz wichtig. Und dann habe ich auch die Entscheidung treffen müssen, mein damaliger Instagram-Account wirklich komplett zu cutten, zu sagen, nee, ich mache jetzt einen neuen, weil ich hatte irgendwie 17.000 Follower, weil ich den mit einem Bot aufgebaut hatte und es halt nicht authentisch war, nicht zu meinen Momente-Sammlerwerten passte. Das dann halt quasi neu aufgebaut, alles, neuer Facebook-Account. Und habe dann den Menschen gesagt, hier bin ich und ich bin jetzt für euch da. Und du musst dir vorstellen, wenn du einfach Menschen ein Jahr lang, eineinhalb Jahre lang unterstützt und manche fangen ja schon an zu zittern, wenn sie nur einmal was kostenlos machen sollen, weil sie im Kopf verankert bekommen haben, ich darf ja nichts kostenlos machen, weil dann verdiene ich ja nichts und so weiter, dann komme ich ja nicht weiter. Heißt ja nicht, dass du nicht Geld verdienen darfst im ersten Moment. Das heißt nur, dass du es clever machen darfst. Und was ich clever gemacht habe, ist, dass ich meinem Wert bewusst wurde. Also ich habe gesagt, Leute, ich mache das für dich jetzt kostenlos. Kostet eigentlich, damals habe ich noch, ich glaube, 1.500 gesagt. Genau. 1.500 kostet dich das eigentlich an dem Tag. Ich mache das für dich for free. Aber bitte, wirklich, ich mache das so gerne für dich. Bitte unterstütze mich, indem du mir ein Testimonium gibst, indem du für mich da bist. Dann brauchen wir jetzt nicht darüber reden, was es ist. Testimonium wäre schon mal cool, alles andere, we will see. Und dann halt aber auch nichts zu erwarten davon, was zurückkommt. Und das halt bei vielen machen, wo du einfach weißt, es sind deine Werte. Das habe ich bei ganz, ganz vielen gemacht. Natürlich dann auch bei Tobi. Bei Tobi war es so, ich war auf der Masterclass als Teilnehmer, bin in die Crew rein. Drei Monate später war die nächste Masterclass. Potsdam, sechs Stunden hinfahren, richtig lustige Welt. Und dann war ich in der Bewohnerfrei-Crew. Und dann hieß es, wir suchen einen Fotografen. Also vorher natürlich, bevor wir da hingefahren sind, wir suchen einen Fotografen. Und dann gab es einen Post auf Facebook, da wurde ich drunter verlinkt. Und dann hieß es, ja, Fotograf für 500 Leute. Und wir haben dann geschrieben. Und dann hieß es, ja, aber wir haben nicht so viel Budget. Und ich sagte nur so, ruf mich an. Weil ich wollte nur sagen, ich bin eh da. Ich bin eh bei der Crew mit dabei. Und der hat mich nicht angerufen. Und dann hieß es auf einmal von der Crew-Managerin, Patrick, cool, dass du dich angeboten hast. Aber wir haben wieder einen anderen gebucht. Und in dem Moment dachte ich erst mal so, okay, gut, dann ist das halt so. Aber ich will irgendwas für euch tun. Ich will dranbleiben. Also habe ich ihr geschrieben, der Sintu. Sintu hört zu. Ich verstehe das total. Ich habe trotzdem Bock, irgendwie was zu machen. Dann hat sie gesagt, ja, komm. Sie hat mir wieder, wie du auch damals, hier ist eine Plattform für dich, tob dich aus. Kriegst ein paar weniger Aufgaben als Crew. Habe ich gemacht. Fotos gemacht. Habe sie nachts bearbeitet. Habe sie in der Früh morgens abgeliefert. Also war einfach schneller natürlich als der andere Fotograf. Und die waren so hell begeistert davon. Von dem Speed, von der Qualität, von dem Geben, was zu deren Werten passte oder passt. Dass sie gesagt haben, drei Tage später sind mir angerufen, Patrick, wir wollen nicht das ganze Jahr. Was können wir tun? Und so war ich bei Tobi dann drin. Und dann war der nächste Step. Okay, Tobi, ich weiß nicht, wie viele Seminare ich jetzt bei Tobi gesehen habe. Und erlebt habe, fotografiert habe. Aber auch da wieder Lücken finden, wo kann ich mich wieder weiter vernetzen. Und dann hat er zum Beispiel Live-Podcasts gemacht. Oder die X-Summits. Das sind ja Gastsprecher da. Und was ich gemacht habe, ist zu sagen, die Speaker brauchen ja alle kostenlose Bilder. Für, äh, die brauchen nicht, die brauchen nicht, die brauchen Bilder für Social Media. Die brauchen alle kostenlos. Nein. Die brauchen alle Bilder für Social Media. Und die brauchen coole Bilder. Also habe ich gesagt, okay, jetzt zu. Ihr habt ja coole Reichweite. Ich habe jedem Speaker immer abends noch teilweise drei, vier, fünf Highlight-Bilder. Am nächsten Tag die komplette Galerie von der Speech denen geschickt. Aber gesagt, hier, kannst du kostenlos nutzen für deine Social Media, für Instagram, für Facebook. Mach was, damit du willst. Bitte benenne mich nur auf kurz drunter mit meinem Namen. Im Moment ist dann mal, verlinke mich. Und dann bin ich cool mit. Und irgendwann habe ich dann, das habe ich ganz, ganz oft gemacht. Und dann haben ein paar Leute mit ein paar mehr Speaker natürlich Bilder von mir geteilt, weil sie natürlich auch gut sind. Und dann haben Leute meinen Namen noch mehr gesehen. Und somit ist dann nach und nach immer mehr größer wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Luftballon, den du aufbaust oder so ein Aufgläs aufbaust. Spinnnetz, was sich so breit zieht oder ein Luftballon, den du aufblässt. Das wird immer größer, weil immer mehr Menschen mich kannten. Aber die kannten mich natürlich nur mit kostenlos erst mal. Und dann habe ich irgendwann lernen dürfen, natürlich clever Angebote zu platzieren. Wenn jetzt ein Speaker sagt, ja geil, danke für die Bilder, nehme ich mir. Und gleichzeitig noch in der E-Mail zu schreiben, das kannst du damit kostenlos machen. Aber hey, wenn du deine Webseite bestücken willst, weil du willst ja die Menschen quasi zu dir locken können, du willst ja Verkäufe auch generieren auf deiner Webseite und das machst du mit diesen Bildern, dann kannst du dir die pauschal kaufen. Und dann habe ich die ersten Male pauschale Bilder verkauft. Und dann haben natürlich Leute gesagt, der Speaker gesagt, ey, ich will mit dem arbeiten. Und so kam es dann von diesem viel kostenlos zu diesem, ich baue hintendran ein großes Angebot. Und dann, hey, kannst du einen Tag kommen, kannst du drei Tage kommen, kannst du mit nach New York kommen, kannst du mit nach Peru kommen und dann einfach clever sein. Du warst doch noch bei Hermann Schäber in New York, oder? Genau. Wahnsinn. Also so weit schon, Patrick. Auch da, auch da, ich habe einen Videopitch hingeschickt. Ich habe den zwei, nee, nicht einen Videopitch, das war bei Gedanken tanken. Bei Hermann habe ich, den habe ich natürlich öfters gesehen auf Events, habe ihn öfters fotografiert. Und irgendwann habe ich gesehen, er macht New York. Und da habe ich gesagt, ey, das muss ich, da muss ich mit. Und dann habe ich ihn irgendwo gesehen auf dem Event, bin zu ihm, straight zu ihm, habe gesagt, Hermann, du brauchst mich. In den Turm. Und das war richtig Überwindung für mich, sowas zu sagen. Genauso wie mit dem Pitch bei Gedanken tanken, habe ich einen Videopitch hingeschickt. Und in dem Videopitch habe ich gesagt, ihr seid die Nummer eins in der Persönlichkeitsentwicklung, als Plattform, ihr braucht die Nummer eins als Fotografen. Würde ich mich öffentlich niemals trauen zu sagen, aber ich wusste, ich muss jetzt hier mal einen auf dicke Eier machen, weil sonst komme ich nie voran. Und das hat gewirkt. Geil. Richtig, richtig geil. Und ich glaube, dem gibt es erstmal nichts hinzuzufügen, du hast schon alles gesagt, da braucht man nicht mehr weiter auszupacken oder zu entfalten, sondern man sieht, dass du wirklich mit Geduld, mit harter Arbeit, wirklich mit dienen, dranbleiben, nett sein, over-deliveren, schneller sein. Dass du da einfach gesagt hast, scheiß drauf. So nach dem Motto, was soll ich denn sonst machen? Weil die meisten Leute können over-deliveren, statt aber over-zu-deliveren, gucken sie dann nochmal eine Stunde länger Fernsehen. Oder treffen sich dann nochmal mit Freunden auf eine Pfeife. Und das war richtig schwer für mich. Also so Geschichten wie, ich will eigentlich was anderes machen. Wie oft kommt da mein Ego hoch und sagt, ach nö. Ja, sagt sich, Mensch, für den Penner, der kann auch eine Woche auf seine Fotos warten. Ich muss die ja jetzt nicht heute Nacht noch bearbeiten. Also was soll ich das? Ja, ich will noch irgendwie Westworld gucken oder so. Oder keine Ahnung. Und da sieht man aber, dass es wirklich, das Universum zahlt es dann nachher auch wieder aus. Und in die verschiedensten Richtungen einfach. Und dass dann einfach diese Synergie-Effekte einfach compounden, wie der Zinseszinseffekt und dann die Dinger immer größer und immer größer und immer größer werden. Jetzt waren wir beide ja, ich weiß nicht mehr, wann das war. Wir haben uns leider dann auch dadurch natürlich seltener gesehen. Du warst viel unterwegs. Ich habe irgendwann gesagt, du, wollen wir uns nächste Woche treffen? Du so, ich habe in zwei Monaten erst wieder Zeit. Ab dann und dann. Wir können ja jetzt schon Termine ausmachen. Und ich so, ey, Patrick, ich plane nicht zwei Monate im Vorgang aus meinem Leben. Weißt du, was ich meine? Und da habe ich dann die Ausmaße festgestellt. Dann hast du aber auch gesagt, ja, ich finde es cool. Ich finde es irgendwie nicht. Ich finde es super, hier meine 2.000 Euro, auch 3.000 Euro am Tag zu kriegen. Je nachdem, für wen man fotografiert und tolle Events und hier und da. Ich bin jetzt aber wieder auf einer neuen Stufe. Ich will mehr und was anderes. Dann hast du von Speechless erzählt. Hast dann auch eingeladen auf das Event. Und wie ist die Evolution Patrick Reimann, Hashtag Momente-Sammler, da dann weitergegangen? Über die Fotografie, sage ich mal, hinaus. Kann man dich überhaupt noch als Fotografen buchen? Auch eine spannende Frage jetzt eigentlich an der Stelle. Kannst du gerne? Kann ich doch buchen, aber das ist zeitlich tatsächlich echt ein bisschen schwierig. Vor allem dadurch, was jetzt gerade passiert mit Speechless, weil natürlich auch da nochmal ganz andere Wege gehen. Man kann mich anfragen. Wir müssen einfach schauen, ob das passt. Was tatsächlich bei Speechless der Hintergrund war. Ich hatte auch zu der Zeit, als ich gerade im Umfeld war mit meinem Umfeld, eine Sache intuitiv gemacht und auch richtig gemacht. Nämlich Menschen zu mir zu holen, zum Event. Das heißt, es waren damals kleine Unternehmertreffen, 40, 50 Leute. Die Con-Lounge, oder? Die Con-Lounge, genau. Richtig. Genau. Und das war am Anfang, also es war angefangen mit einem Unternehmerstammtisch. Vier, fünf Leute in einem Restaurant und dann am Ende nach, ich glaube, zweieinhalb Jahren haben wir aufgehört. Und 45 Leute in einem Gewölbekeller mit Bühne, mit Licht, Setup, alles. Catering, VIP. Da habe ich meinen ersten VIP verkauft. Yes! Geil. Und dann kamen die Seminare und was ich gemerkt habe ist, wie sehr ich mir wünsche, mich ja selber auch laut zu drehen, meine Stimme lauter zu drehen. Weil ich halt gelernt habe oder mit meinem Muster platziert war, ich darf nicht laut sein, ich bin eher der Zurückgezogene, ich bin ruhig. Mein Coach hat, die Claudia Dalcio, hat mal zu mir gesagt, du hast gelernt, der perfekte Schatten zu sein für Menschen. Deswegen bin ich als Fotograf ja auch so gut, weil ich einfach komplett weg bin für Menschen. Und gleichzeitig aber meine größte Herausforderung, weil ich dementsprechend nicht wusste, wie ich diese Wirkung erzeuge, dass Menschen mich sehen oder wahrnehmen. Und deswegen hatte ich unterbewusst diese Events gestaltet, weil ich mir dachte, als Introvertierter, da holst du die Menschen lieber zu dir, als irgendwo reinzugehen und laut zu sein. Machst deine eigene Plattform. Und das habe ich ja auch im Network damals gelernt. Und ja, und dann hatten wir, hatte ich Menschen kennengelernt, wie den André Martinez und den Johannes Emmerich, den kann ich aber schon länger, schon seit, keine Ahnung, ich glaube, seitdem ich 16 oder 17 bin. Der Johannes ist Veranstaltungstechniker, war jetzt die letzten Jahre mit Sunrise Avenue, mit Joris unterwegs, weltweit in Dubai, macht halt Veranstaltungstechnik. War nie angestellt, dieser Mensch. So lustig. Und der André, mein Lieblingsspanier, der ist 54 und hat sieben Unternehmen in seinem Leben schon gehabt. Skalieren ist sein Ding. Teams groß machen. Und er war auf der letzten ConLodge mit dabei, hat mich dort gesehen. Also wir haben uns vorher auf dem Seminar von Tobi kennengelernt, haben uns da vernetzt. Und wir sind dann eines Tages am Main entlang gelaufen in Hanau. Und ich habe ihm gesagt, André, es ist irgendwie cool, die ConLodge, aber was ist denn, können wir nicht irgendwie was, ich brande mich ja um, positioniere mich um, Momente-Sammler, wollen wir nicht etwas tun, wirklich für Menschen, die weiterkommen wollen. Also Persönlichkeitsentwicklung. Weil der Stand war ja, Status Quo, Unternehmer treffen, das sind Unternehmer, die aber nicht alle das Mindset haben zum wirklich viel Wachstum, Großwachstum und vor allem persönlicher Wachstum. Also mussten wir die Zielgruppe ändern. Und das war der Impuls, der mir hochkam. Und dann sagt der André zu mir, ja, coole Idee, wir machen was mit Speakern und in unserem Umfeld, in dem neuen Umfeld, Mindset-Leute und, aber das machen wir ja nicht so klein. Wir sagten, wie? Ja, das machen wir mit, keine Ahnung, 150 Leuten, 200. So, wie? Wir haben doch gerade 50 Leute gerade irgendwie gerade so vollgekriegt. Ja, aber du machst es ja nicht mehr alleine. Und dann haben wir ja überlegt, so quit. Wen hätte man dann gerne dabei? Ja, ein Tobi. Also, so, wäre ja schon geil, wenn mal unser Mentor dabei ist. Ja, dann sagte der André so, ja, können wir ihn fragen, wir ihn doch. Und ich so, mein Mindset so, ich bin doch so klein, warum sollte ich ihn fragen dürfen? Und da hat André gesagt, als derjenige, der ja schon lange drin ist, ließen mit hier, das sind für alle, das ist ja für ihn, sind das alles nur Zahlen und da gibt es keinen Groß oder Klein. Und ja, wir fragen ihn und hat er dann gefragt und dann hieß es, ja, er kommt, aber es müssen mindestens 500 Leute da sein. Und dann war irgendwie so die Idee, okay, es müssen 500 sein und dann haben wir uns erst ein Kino gesucht und dann haben wir uns noch weiter gefragt und dann hieß es, hey, guckt euch mal das Theater an. Und dann haben wir ein Musical-Theater gesehen. Und da habe ich dann gemerkt für mich, diese Bühne, mir geht es darum, symbolisch für mich, was ich jetzt im Nachhinein einfach für mich reflektiert habe, dass ich mich zeigen darf, dass es keinen Groß oder Klein gibt, dass du egal, was für Gedanken du hast, du kannst dahin kommen und dir deine persönliche Bühne schaffen. Und dann sehe ich diese Bühne und sehe diesen Raum, wir wussten nicht mal, wie viele Leute da reinpassen und dann sind wir auf diese Bühne zuerst gegangen und da war so ein Tor, so ein Metalltor. Und dann macht der Olli vom Theater, macht das Tor auf und dann geht so eine Industrieklingel und dann geht es so Stück für Stück auf und dann sehen wir da unten diese roten Samtstühle, Samtstühle, Reihe für Reihe, dann die erste Empore, dann die zweite Empore. Das kann nicht sein, wie viele Leute passen ja eigentlich rein, Olli. 1700. Dann gehen wir so, Schnappatmung. Und der andere so, klar, machen wir. Und so ist es an den Speeches entstanden. So haben wir gesagt, wir wollen Menschen groß machen, wir wollen Menschen eine Stimme geben, weil ich mich wieder nach etwas selber gesehnt habe, nämlich, dass ich eine Stimme bekomme. Und deswegen habe ich gesagt, mit wem lerne ich es dann am besten? Mit den Menschen, die das gleiche Problem haben. Und somit haben wir Speeches auf die Welt gebracht. Und dann haben wir letztes Jahr das erste Event gemacht und ich könnte auch noch Stunden über viele Geschichten erzählen werden. Also ganz kurz, wir hatten zwei Wochen vorher 150 Tickets im System. In einem Raum, wo tauchen Sie mal Leute reinpassen. Und es gingen richtig die Schweißdrüsen. Und eine Woche vorher waren 250 drin. An dem Dienstag vor dem Sonntag waren es auch so 260, 270. Und wir haben Tag für Tag, alles, was ich im Network gelernt habe, habe ich in diesen zwei Wochen getan. Leute angerufen, wir brauchen dich, ich brauche deine Hilfe. Bitte komm vorbei. Meinetwegen auch kostenlos, wieder ins Dienen gehen. Erstmal das, was du neu machst, zeigen. Ins Dienen gehen. Bitte komm vorbei. Weiter gemacht, weiter gemacht. Und dann, also andere hat noch mehr definiert wie ich, aber es waren immer 30, 40 Calls am Tag, die richtigen Menschen kennengelernt. Ein Networker hat allein 100 Menschen reingebracht. Und dann waren am Tag, morgens, Registration, Tür geht auf, die ersten paar Stolzieren rein. Und eine halbe Stunde vor Beginn ist uns die Registration eingebrochen, weil 600 Menschen da waren. Weil wir gedacht haben, naja, zwei, drei in der Registration werden reichen. Und so ist Speechless entstanden. Wo wir jetzt heute mit Menschen an unserer Seite stehen, mit einem Team von, wir sind 18 Menschen, die jetzt noch in dieser Startup-Phase kostenlos an unserer Seite arbeiten, im inneren Circle. Und 60 Volunteers, die im äußeren Circle für uns da sind, vor Ort am Event, die da sind, um zu helfen, wie damals, als ich in die bewohnerfreie Kuh bei Tobi bin. Die sind jetzt für uns da, weil ich in Vorleistung gegangen bin und wissen, das ist das gleiche Mindset. Und jetzt dürfen wir diese Menschen groß machen. Die Crew kriegt Aufgaben, worauf sie Bock hat. Das Team kriegt Aufgaben, worauf sie Bock haben. Und natürlich, jetzt überlegen wir, wie wir das Ganze wirtschaftlich aufbauen. Jetzt entsteht neben diesem Charity-Event. Das ist ein Charity-Event. Wir geben 50 Prozent vom Erlös geht an One Earth, One Ocean. Spenden wir. Weil wir auch sagen wollen, nicht nur Business machen, sondern wo gibst du deinen Teil zurück? Aber funktioniert nicht, wenn du kein Business hast nebendran. Also haben wir gesagt, wir machen Newcomer-Workshops. Speaker, die auf die Bühne wollen, aber gar kein Marketing vielleicht kennen, wie sie das machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen aber nicht einfach ein Event, das einfach so Multispeaking ist, einfach nur ein paar Leute auf die Bühne, sondern wir machen Show rein. Weil was wollen Menschen? Die wollen Achterbahn der Gefühle haben. Und wenn du jetzt Achterbahn der Gefühle, also Emotionen, Weinen, Staunen, Trauer, Freude, alles zusammenpackst mit Tanz, mit Reden, Speech, mit Comedy, Witz, aber alles in einer tiefen Ebene, dann wird es platzen. Und das ist es dann. Und das haben wir heute geschaffen und jetzt sind wir dabei, das Unternehmen aufzubauen, haben jetzt gerade unser erstes Online-Produkt auf den Markt gebracht, worauf wir super stolz sind, haben den Commitment-Call, wo Menschen sich vernetzen können, zusammen können in einem Zoom-Call. Und ja, jetzt müssen wir nur noch mit diesen Menschen zusammen, die wir an uns haben, das aufbauen und wachsen lassen. Ganz großes Kino. Danke fürs Teilen. Mega spannend, auf jeden Fall dieser Weg, den du da gegangen bist. Und jetzt hast du erzählt, Commitment-Calls für alle, die bis jetzt hierhin zugehört haben. Gib mal kurz, wie kann man zu den Commitment-Calls kommen, weil das ist ja schon eine echt ganz geile Nummer, die ihr da aufgebaut habt. Vor allem jetzt wegen der Corona-Zeit auch noch. Für Leute, die jetzt stuck at home sind und sich ihr geiles Umfeld nicht mehr auf Seminaren oder sonst wo zusammenkriegen. Genau das ist der Punkt, weil mir ging es nämlich so, dass ich nicht weiterkam. Ich war daheim, hatte nicht das Gefühl, irgendwie voranzukommen. Und dann erinnerte ich mich daran, was ich brauchte. Und das sind die Menschen, die genauso denken, die das gleiche Problem haben. Und dann habe ich gesagt, okay, lass uns eine Mastermind machen. Ich habe eine Story dazu gemacht und dann kamen auf einmal 15 Leute. Und dann haben wir das erste Zoom-Call gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen nicht nur eine Mastermind, sondern wir committen uns auch in der Mastermind. Das heißt, in jeder Mastermind, jeden Tag kommen die Leute rein. Jeder, der möchte, teilt, was für eine Herausforderung er hat. Und dann sagst du, nachdem du diese Impulse von den Menschen bekommen hast, was du heute dafür tust, voranzukommen. Und das ist das Essentielle, Wichtigste. Wenn du das nicht tust, das machst du für dich, nicht für uns in die Gruppe. Das machst du für dich. Wenn du das nicht tust, kommst du nicht in die Umsetzung. Und das ist das, was ich die letzten zwei Jahre gelernt habe für mich. Und genau, und da kann man sich anmelden, kann man dabei sein, über den Link speechless.pro.call. Gibt es ja wahrscheinlich irgendwo zum Draufklicken dann. Da, dich anmelden und dann kannst du von Montag bis Samstag, kannst jeden Tag dabei sein, kannst zweimal die Woche dabei sein, völlig egal. Das ist noch kostenfrei. Und lernst einfach die Leute kennen, hast eine Community. Da sind, ich glaube, fünf oder sechs Podcasts entstanden in dem Zoom-Call. Die Lena, das ist eine Friseurmeisterin, hat ja keinen Laden mehr, also muss ja zu schließen, hat durch die Impulse, die dort gekommen sind, Umsatz generiert wieder. Dann haben wir Leute, die das erste Mal live gegangen sind auf Instagram. Es sind drei oder vier Gruppen entstanden, eine Frühaufstehgruppe. Ich mache Sport-Commitment-Gruppe, Podcast-Baby-Gruppe. Die interviewen sich gegenseitig. Das ist eine komplette Family. Und wer da nicht reingeht, der verliert einiges an Know-how. Der wird einiges an Community missen, wenn er das kennengelernt hat, wie das dann da ist und wenn man sieht, was da passiert ist. Da sollte man sich das anschauen. Den Link findet ihr auf jeden Fall in der Beschreibung dazu. Wie gesagt, es ist kostenlos jeden Tag. 13.30 Uhr findet der statt. Und ich werde da auch vorbeischauen. Ich wollte letztes Mal schon und dann habe ich selber vergeigt. Also denkt daran, rechtzeitig Double-Opt-In zu bestätigen, sonst kriegt ihr den Link zum Zoom-Call nicht. Sehr gut. So, was das angeht. Wahnsinn. Okay, cool. Spannend. Jetzt sollte ja Speechless Nummer zwei stattfinden. Was ist da jetzt eigentlich passiert? Ja, also was ist passiert? Ich war in der Zeit in Spanien. Also die Woche, bevor es so richtig losging mit dem Thema. Und dann hieß es natürlich, so im internen Circle, ich glaube, wir müssen verschieben. Und es waren, ich weiß noch ganz genau, es waren 99 Tage noch bis zum Event. Ne, 66. Es waren noch nur zwei Monate. Genau, also im Mai wäre jetzt das Event gewesen. Es waren 66 Tage noch. Und dann hieß es, geht nicht. Keine Chance. Wir müssen handeln. Wir müssen kommunizieren. Und ja, dann haben wir natürlich auch erstmal in unser Loch gefallen, haben geguckt, was können wir tun, haben unser Team akquiriert und haben da gemerkt, wie krass es eigentlich ist, wie viele von unserem Team jetzt an unserer Seite sind in der schwersten Situation. Weil wir waren alle am Tun, zwei Monate vorher, alle am Vorbereiten, Line-Up steht, die ganzen Hotel, die Zimmer, die komplette Organisation, das Marketing. Von jetzt auf gleich alle so, alle so auf Null. Aber da waren jetzt alle bei uns. Wir sind in den Zoom-Call gegangen, haben alle geteilt, wie wir uns erstmal fühlen, haben uns erstmal verbunden, sind alle im selben Boot. Und haben dann gemerkt, das ist das Beste, was uns gerade passiert. Weil wir jetzt uns noch mehr verbinden und da kann jeder gerade was draus lernen. Wir verbinden uns jetzt noch mehr. Wir können das Event einfach noch größer, noch schöner, noch wertvoller gestalten, was jetzt im Oktober, am 18.10. stattfinden wird. Wir müssen leider auf ein paar Speaker verzichten, die jetzt im Mai dabei gewesen wären. Aber dafür entsteht was komplett anderes. Und das ist ja das Schöne, die Herausforderung, eine komplett neue Sichtweise wiederzusehen, einen komplett neuen Rahmen zu setzen. Und jetzt haben wir, genau, uns entschieden halt im Oktober das Ganze zu starten und haben uns dazu gesagt, okay, jetzt bauen wir das Business noch weiter auf, noch stabiler, das Team noch stabiler und dann können wir noch krasser rocken. Sehr geil. Dabei interessieren mich jetzt in dem Sinne zwei Sachen. Die erste Sache ist, mit wie vielen Leuten habt ihr denn jetzt im Mai geplant gehabt? Im Mai haben wir mit 1.200 Leuten geplant. Okay. Und im Oktober immer noch dieselbe Anzahl oder schraubt ihr das wieder hoch? Nee, also 1.200. Wir wollen gar nicht höher, auch wenn mehr Platz drin ist. Aber die Location hat aus gewissen Gegebenheiten, mit Forum und so weiter, mit VIP-Räumlichkeit. Wir wollen noch Messestände reinbringen für Nachhaltigkeit, also die sich halt Unternehmen, die halt nachhaltige Produkte entwickeln. Das passt dann alles nicht mehr. Deswegen gesagt, 1.200 ist das Maximum in dem Theater für unser Konzept. Und trotzdem müssen wir aber schauen, was passiert jetzt aufgrund der Zeit. Ich glaube, dass gerade jetzt, weil es wird ja ein Überfluss an Events kommen, dass gerade jetzt herausstechen wird, wer in Liebe zum Detail in das reingeht, was er tut. Weil die Menschen werden jetzt ganz genau hinschauen, wo habe ich das meiste von dem, was ich brauche. Und die werden Verbindung brauchen. Die werden Nahbarkeit brauchen. Das ist das, was wir gerade verlieren. Die werden einfach diese ganze Liebe, dieses aber auch Drang zum Wachstum, das in einem Rahmen, wo man sich einfach wohlfühlt, das wollen die. Und viele Veranstalter, die vernachlässigen, was dieser Rahmen angeht. Und da ist unser Technikgott, der Johannes, der ist so ein Meister drin. Der hat es nämlich geschafft, seine Erfahrung als quasi in der Veranstaltungstechnik mit Konzerten und Shown und allem drum und dran, dieses Showerlebnis bei uns rein zu platzieren. Also da erlebst du halt, du denkst, du bist auf einem Konzert. So viel Technik, die da steht, das würdest du, wenn du Multispeaking kennst oder Network-Events, wohl bei Network-Events noch ein bisschen was anderes, aber also wenn du so klassische Events siehst, dann erwartest du nicht ein Konzerterlebnis. Und das haben wir halt geschaffen. Und darauf werden Menschen warten und das werden sie wollen. Deswegen glaube ich, dass wir damit 1200 Leute auch auserkauft sind. Ganz großes Kino. Neben dem interessiert mich jetzt ein anderer Aspekt. Ich habe ja dieses Jahr eigentlich auch vorgehabt, mega Masterminds zu machen. Das ist jetzt natürlich aber in dem Sinne nicht so viele Verpflichtungen, Commitments. Aber wenn man ein Event macht, vor allem mit 1200 Leuten, muss man ja Commitments eingehen. Man plant Catering vor, man plant eine Veranstaltung vor, Speaker und, und, und. Man muss teilweise schon in Vorleistung gehen. Wie habt ihr das geregelt, wenn du darüber sprechen darfst? Also war das so, ja, Corona, überweist mir die Kohle zurück, wir machen es wann anders? Oder wie lief das? Auch hier wieder hat eine Sache uns sehr in die Karten gespielt. Und das ist unsere höchste Wert, oder einer unserer höchsten Werte, Verbindung. Verbindung zu Menschen und Wertschätzung von Menschen. Der Olli, mit dem wir mit dem Theater zusammenarbeiten, ist so ein knaller Typ. Der ist einfach menschlich, auch wieder so wie wir aufgestellt. Und wir haben viel auch damals einfach auf ihn zurückgegeben. Die Fotos, die ich vom Theater gemacht habe, die Videos, haben wir ihm alles zugeschickt, sofort nach dem Event. Und wir sind so cool verbunden, dass er gesagt hat, Jungs, kein Stress. Also eine Vorzahlung muss man schon gar nicht leisten, eine Anzahlung. Wir verschieben ja nur einen Termin. Wir können ja alle nichts dafür. Dementsprechend konnten wir es da easy verschieben. Hotel genauso. Hotel hat gesagt, solange es in diesem Jahr bleibt, dann können wir es kostenfrei verschieben. Ansonsten wird es schwierig. Also wenn wir jetzt im Oktober nicht starten dürfen, dann müssen wir da zahlen. Aber auch das sind natürlich Dinge, die du als Unternehmer einfach jetzt planen solltest, finanziell auch. Aber da sind wir einfach dankbar für diese guten Verbindungen. Das ist das, was ich mitgeben kann an der Stelle. Diese ganzen Herausforderungen sind handelbar, wenn du zu den Menschen eine gute Verbindung aufgebaut hast, vorher gut in die investiert hast. Wir haben natürlich auch, wie gesagt, halt auch dadurch, dass zum Beispiel Baha Yilmaz und Jeffrey Kastenmüller haben abgesagt und ich wollte die so sehr bei uns haben, haben jetzt für unseren Termin 2021 zugesagt. Aber dafür geht da eine neue Tür auf und das ist das, was passieren darf im Kopf. Dieses, ich switche jetzt mal zu dem, was kann denn kommen dafür. Das ist ja ein Jahr für etwas Neues. Auch wenn es erstmal wehtut. Auch wenn erstmal die komplette Energie runterflatscht. Aber die Menschen, mit denen du halt diese Vereinbarung eingegangen bist, wenn du mit denen schon immer gut warst und dir nie irgendwas Egomäßiges erlaubt hast, dann werden die dir das auch so zurückgeben, im Normalfall. Ja, großes Kino. Danke dir auf jeden Fall dafür. Ich glaube, wir haben hier eine ganze Menge spannenden Input drin. Und ich freue mich, dich weiterhin auf deinem Weg zu begleiten und bestimmt auch bald wieder mal zu interviewen mit einem Update hierzu. Wo sollen wir jeden jetzt hinschicken, wenn sie mehr von dir wollen? Direkt einfach auf die Speechless-Seite mit den Commitment-Calls, Instagram, was ist dir da am liebsten? Also ganz klar, wenn du weiter wachsen willst und die Menschen um dich herum brauchst und dieses Commitment abgeben möchtest, damit du jetzt schnell ins Tun kommen kannst, dann gehst du auf die Speechless.pro-Seite slash call. Wenn du einen Fotografen benötigst, dann kannst du mich gerne über Instagram anschreiben. Wir gucken, ob es klappt. Kann ich halt nicht versprechen. Und ansonsten, ja, also Speechless.pro auch auf Instagram, Momente-Sammler.pro auf Instagram. Ich bin für jeden da. Einfach eine Frage per Instagram reinschicken. Ich antworte super gerne mit allem, was ich kann. Und dann schau mir, wie ich dir helfen kann. Sehr geil. Danke dir an der Stelle. Und vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen an den einzelnen Tieren, der bis hierhin geblieben ist. Das war mir ein Volksfest. Bis bald, euer Nick. Vielen, 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 vielen Dank, Nick, für deine Plattform. Das ist einfach nur großartig, dass du das machst. Das ist das Wichtigste, was wir tun können, eine Plattform zu kreieren, egal in welcher Art und Weise. Deswegen vielen Dank, dass du das machst und dass du deinen Mehrwert gibst. Und an den Zuhörer bitte gebe auch deinen Mehrwert raus, weil das ist das, was wir am besten machen können, nämlich Menschen glücklich machen durch Dinge, die wir wiedergeben. Also vielen, vielen Dank. So ist es. Bis bald. Ciao. Wenn du für jeden investierten Euro 2 Euro zurückbekommst, wirst du nie wieder über Geld nachdenken müssen. Und wie du das hinbekommst mit CBO-Kampagnen auf Facebook, zeigen dir Erik Steigner und ich in unserem brandneuen Online-Kurs der CBO Mastery. Den Link dazu findest du direkt in der Beschreibung. Schau dir den direkt nach dem Interview an und sichere dir jetzt gleich einen Platz bei uns im Kurs, damit du lernst, wie du mit Facebook-Ads Märkte dominierst.